Lippenbehandlungen oder natürliche Lippenbehandlungen werden nicht nur bei Frauen durchgeführt, sondern vor allem auch bei Männern, die auf ihr ästhetisches Aussehen sehr viel Wert legen und in dem Fall aber sicherlich auch ein natürliches Ergebnis erwarten von uns. In dem Fall wird hier der Armobogen behandelt, die auf einer natürlichen Art und Weise hier seine Deutung bekommt. Ich denke, die Unterlippe und die Oberlippe sind jetzt auch in einer Weise behandelt worden. Und man sieht, ein sehr dezentes Ergebnis bei Männern sicherlich erwünscht und wir freuen uns, das zeigen zu dürfen.